Musik Ich habe dir doch gesagt, waagerecht andrücken, richtig fest. Sonst kriegst du nur einen Streifschuss. Ist doch egal, die kann man mal nachher. Es ist mir leid. Willst du sie mir mit einer Kopfhunde auf dem Tisch liegen haben? Mach halt vor, wie es geht. Du bist dran. Und nicht schummeln, die Trümmel bleibt, wo sie ist. Wenn es du einmal Klick gemacht hast, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass Michael stimmt? 1 zu 4. Die Wahrscheinlichkeit ist 1 zu 4. 1 zu 3. Denkst du an das. Richtig fest andrücken, waagerecht. 1 zu 4. Ruhe. 50-50. Keine schlechte Chance, oder? 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 Untertitelung des ZDF, 2020